Und wir machen gleich weiter, dass Sie sich nicht langweilen, denn wir haben natürlich einen weiteren Höhepunkt für Sie. Eine Dame, die international ist, wie die Herkelknecht AG. Sie ist eigentlich im englischen Birmingham geboren, lebt jetzt im hessischen Limburg, starb aber ursprünglich aus einer italienischen Artistenfamilie. Und bekannt geworden ist sie beim Supertalent. Das ist die Sendung, die jetzt mit Polen und Gottschalk demnächst umbenannt wird in Der Kreis ist heiß. Sie werden sich das sicher angucken. Dabei wünsche ich Ihnen viel Spaß. Die Frau, die Sie jetzt sehen, gibt sich jetzt sozusagen die Kugel. Was sie macht, ist unglaublich. Freuen Sie sich auf Emilia Arata. Wir sind heute um, dass Sie sich das nicht mehr ansehen. Wir sind heute um, dass Sie sich das nicht mehr ansehen können. Musik 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 Applaus